Das normale Leben kommt in die Kulturlandschaft immer mehr zurück. Etwas, worauf wir schon lange gewartet haben, im wahrsten des Wortes hingefiebert haben. Endlich wieder gemeinsam mit vielen anderen Menschen lachen, eine Veranstaltung besuchen, Kultur genießen, das Klirren der Gläser im Hintergrund hören, die Atmosphäre genießen, die Anspannung und das Kribbeln zu haben. Und das tut nicht nur uns gut, sondern auch allen, die auf der Bühne stehen. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni. Und in dieser Folge sprechen auch wir wieder über Kultur. Denn die Künstlerinnen und Künstler sind endlich wieder da. Und jetzt, wo es endlich langsam weitergeht, haben wir es geschafft, eine Entertainerin von der Bühne in unseren Podcast zu holen. Wir sprechen über Bühnenerfahrung, Heimat und was die Zukunft bringen könnte. Vorhang auf und Bühne frei für Gay Tafts. Herzlich Willkommen. Aufs Gang Podcast. Die Gesprächsvollzieher. Hi, wie schön. Von der Bühne in ein Podcast. Ja. Als ich ein Kind war, ich habe immer gedacht, dass die Leute wohnen in Radio. Ich habe immer, damals, ich war ein Kind, die Beatles waren in Boston damals. Ich glaube, ich war drei. Und ich habe wirklich gedacht, die sind da drin, diese Hübschen. Naja, wir Hübschen sind jetzt in the Podcast. Wir hatten früher auch im Radio noch so Jingles, die halt so orchestral waren. Und ich habe immer gedacht, dass wenn zum Beispiel Nachrichten kommen, wirklich dann jemand im ganzen Orchester da zusammensitzt und dieses Jingle live spielt. Wie bei Jan Böhmemann eigentlich. Es stimmt aber. Genauso. Das war mein Gedanke. Jetzt weiß ich natürlich, dass es nicht so ist, leider. Das war's. Das war wahr. Das ist alles eine Illusion. Wieder da. Wir haben es gerade eben auch schon gehabt. So heißt auch zufälligerweise dein aktuelles Programm. Das ist ja quasi mehrmals verschoben worden, je nachdem, wie es halt passte. Aber ist dadurch natürlich nicht weniger aktuell geworden. Wieder da ist zumindest vom Titel her immer noch passend. Du hast auch schon, glaube ich, die ersten Male wieder auf der Bühne gestanden. Wie ist das jetzt so nach der langen Zeit? Es ist gewohnungsbedürftig, muss man sagen. Es ist nicht von so eins bis eins so, ach ja, wir sind wieder da, zack. Klar, ein bisschen müssen wir das so, diese Illusion geben auf der Bühne. Aber wir sind natürlich auf Tournee erst mal. Und es ist so ein bisschen, es hat wirklich peu à peu angefangen. Einmal in die Woche, natürlich alles war geplant, dreimal in die Woche. Und zwei von drei haben das nochmal verschoben. Wir haben gespielt, diese Show war geplant für 2020 und dann der Lockdown kam. Und dann wir haben diese eine Woche letztes Jahr, so ungefähr, das war so drei Wochen oder so im September. Wir haben eine Woche gespielt in Berlin, Shutdown nochmal. Wir haben 70 Tourneedaten, alle verschoben. Und Gott, you know, große Lob an die Kolleginnen und Kollegen von den Theatern in dieser Bundesrepublik und Österreich und der Schweiz. Keine gecancelt, alle verschoben. Und bis jetzt, even though wir haben jetzt mittlerweile, und Gott bless alle Leute mit Karten, dass die die nicht zurückgegeben haben. So wir sind mehrmals verschoben, wir sind sehr flexibel jetzt geworden. Aber dann auf der Bühne zu stehen, hat man das alles mit. Es ist echt so, okay, wir sind jetzt in Wilhelmshaven und es ist toll. Und es ist toll. Und das Publikum ist wahnsinnig toll. Die ersten paar waren wirklich emotional. Ich habe wirklich geheult am Ende, als die applaudiert haben. Die auch, ich weiß das auch, weil ich habe andere Kollegen gesehen. Ich habe Mordam Orient Express hier gesehen, mit der Geschwister Fister. Ich habe Katharina Merling letzte Wochenende gesehen. Und ich habe auch geweint, einfach diese Musik zu hören oder meine sehr geschätzten, geliebten Kollegen wieder auf der Bühne zu sehen. Es tut verdammt gut. Am Endeffekt. Es ist ein bisschen strange, aber es tut verdammt gut. Ich habe es ja gerade eben auch am Anfang schon gesagt. Das ist ja auch ein Gemeinschaftsgefühl. Man unterschätzt das vielleicht. Man denkt am Anfang so, ja, dann gucke ich halt Netflix oder sehe da irgendwas. Aber dieser Atmosphärenaufbau, wenn man dann in einem Theater, in einem Vorstellungsraum ist, ist dann aber was ganz anderes. Also selbst Kino, man ärgert sich vielleicht, also hat sich vor Corona darüber geärgert, da raschelt jemand mit der Chipstüte oder irgendjemand tuschelt da rum. Aber irgendwo ist das dann nochmal ein ganz anderes Feeling, oder? Das überträgt sich doch auch jetzt nochmal intensiver. Go ahead and tuschle, finde ich auch. Nee, wir sind in einem Raum zusammen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Es gibt einen Grund, warum es Theater gibt. Warum es Kino gibt, Kino-Seele. Weil wir erleben etwas zusammen. Wir sind nicht allein. Und ich glaube, das für uns alle ist emotional. Und uns sowas wertzuschätzen, das ist... Meine beste Freundin war gerade diese Wochenende hier aus New York. Und sie ist auch Theatermacherin in New York. Und, you know, die sind ja ein ganz anderer... Die Theater sind offen, Broadway ist offen, aber mit Maske. So mit geimpft, genesen und mit Maske. So es ist... Die sind immer noch, die ganzen Restaurants sind draußen in der Straße. Die sind offen, aber die Leute, weil Delta war so schlimm da, dass... Wir müssen erinnern, hier in Deutschland, wir sind immer noch gut drauf, muss man sagen. Und ich finde, zum Beispiel in Schillertheater, wo ich spiele in Berlin, obwohl man könnte voll besetzt, so jeder Sitzplatz könnte, deren Publikum haben gesagt, weißt du was, ich habe die Karten gekauft mit der Idee, dass niemand sitzt neben mir. Und ich würde das lieber haben, und die haben das so gelassen. Es ist für uns ideal, nicht, weil mein Deal ist, es ist ein Gastspiel. Ich bin bezahlt von so vielen Sitzplätzen, das ist mein Geld, so mein Lohn. Aber auf die andere Seite, ich finde es gut, dass die Leute sich sicher und bequem fühlen, weil das macht keinen Sinn, wenn alle so... Man muss ein bisschen... Ich war in Hamburg, weil jeder Bundesstaat ist anders, natürlich. Ja, das hat er auch gerade gemerkt. Und das Bundesland, meine ich, jedes Bundesland ist anders. Und wir waren in Hamburg bei der Musicalpreis-Gala, es war 2G, so geimpft oder genesen, und dann alle ohne Maske. Und in der Party nachher musste ich kurz so, okay, so ein bisschen wie, ich gehe jetzt ins Wasser, das ist kalt, aber ich springe einfach rein. Und ich bin gesund und es war fein, aber klar, wir müssen, das ist nicht heute auf morgen, das ist wirklich, wir müssen alle wieder... And there is no back to normal, wir können nicht zurückgehen, wir müssen vorne gehen, das ist eine neue Realität und wir müssen dann kreativ sein mit unserer neuen Realität. Merkst du es beim Publikum auch, dass vielleicht der eine oder andere so ein bisschen vielleicht verhaltener sitzt oder dass sie ein bisschen zusammengerückt sitzen, also sich ein bisschen selber so... Ein kleines bisschen, die Mehrzahl war mehr zu ausflippen, die waren alle so happy, es ist andersrum. Ich glaube, sofort, weil, I mean, vergessen nicht, weil für mich, ich bin jemand, ich sehe alle im Publikum. Ich bin wirklich, es ist nicht so, der vierte Wand ist da und ich bin ein Charakter und ich lasse mich in Ruhe. Ich bin wirklich, ich liebe das, in dem Raum zu sein und so, wir sind in diesem Raum zusammen und ich glaube, sobald die Lichter kommen an und die Musik fängt an oder sagen wir so, auch bevor das, die Lichter gehen aus im Saal. Und dann, es gibt diesen wunderbaren Moment, bevor die Show fängt an und ich glaube, alle kriegen, es ist prickelnd, es ist wirklich so, oh yes, oh yay, ja. So, das ist für uns auch, das ist sehr emotional und sehr, Mann, habe ich das vermisst. Ich glaube, wir haben das auch als Publikummitglied und natürlich auf der Bühne, das ist, es ist ein großes Geschenk, wieder meinen Job machen zu dürfen. Auf jeden Fall, also ich war jetzt in Nordrhein-Westfalen, wo wir nun mal herkommen, auch im Theater in Bonn und das war komplett ausverkauft. Das fühlte sich auch irgendwie erstmal komisch an, dass alle Leute in einem Raum sind, aber es war halt auch wirklich eine super tolle Stimmung. Jeder Zwischenapplaus war riesig und auch am Ende, ich glaube, wir haben fünf Minuten lang gestanden, sending Ovations und man hat es gemerkt, wie gerührt auch die Künstlerinnen und Künstler waren auf der Bühne und das gibt denen, glaube ich, auch wahnsinnig viel zurück jetzt. Ich habe Sven Radke gesehen hier in Berlin, er mag Hedwig and the Angry Inch und er mag das so toll, es ist ein Renaissance-Theater hier in Berlin und am Ende haben wir alle, da waren nur 40 Leute ins Publikum, das ist auch die Realität, das war vor, sagen wir vor sechs Wochen oder so, es war noch nicht so, aber trotzdem, wir waren alle, meine Hände haben so wehgetan an einem Klatschen, weil, okay, Netflix so gut Netflix sein kann, ich applaudiere nicht so oft. Ja, stimmt. Die Nachbarn guckt das Geld, selbst Bridgerton, habe ich nicht so sehr applaudiert. Ich fand die Szenenbilder ja toll bei Bridgerton. Oh ja, wir waren auch Fans. Ja, wirklich wie geleckt, also das hat mich wirklich umgehauen. Das war auch in dieser Zeit, das war, weißt du, das war ganz am Ende, so am Ende, wo wir alles so ein bisschen so, ich kann nicht mehr, dann kam Bridgerton. Ja, stimmt. Mit nicht nur die schöne Szenerie, sagen wir, da war andere schöne Körperteile, die auch zu sehen waren, hat mir auch geholfen. Ja, das war wirklich sehr schön, ja. Das hat das wirklich noch dreimal besser gemacht, ne? Du stehst ja jetzt nicht jeden Abend, aber doch sehr viel auf der Bühne, reist auch viel, du hast ja gerade auch gesagt, Tournee, Köln übrigens zum Beispiel, 27.12. im Gloria-Theater, um es kurz einzubringen. Wie ist das so vom Durchhalten her, weil es ist doch sicherlich auch anstrengend. Es gibt Tage, wo man sicherlich auch mal down ist, wir sind ja nicht alle Menschen, die jeden Tag aufstehen und sagen, wow, schöner Tag, alles ist super, sondern man hat ja auch manchmal so Momente, wo man sagt, puh, du wolltest durchwachsen. Und, you know, ich mag das seit ich 17 war, 18 war beruflich und so, das ist eine Weile her und ich spreche mit vielen Kollegen, besonders Kolleginnen im Moment und ich bin mehr nervös. Ich kriege mehr Lampenfieber, ich kriege ein bisschen Panik, it's okay, ich habe Passionsblüte und Rescue-Tropfen und schöne Tees und ich atme und mache meinen Yoga und so weiter. Aber ich weiß, ich bin auch nicht allein, ich habe auch mittlerweile mit Leuten gesprochen, dass man denkt, Moment mal, warum ist das jetzt schlimm? Ich bin ein alter Hase. Und aber, das ist diese Pause, das war wirklich hart und wie wird das sein und kann ich das noch? Weil, ich habe gerade, wie gesagt, Katharina Merling gesehen und sie hat fünf Shows hintereinander in der Bar jeder Vernunft gemacht. Und das war ihre erste fünf Shows hintereinander. Es gibt die Leute, die Kollegen von Musical und so weiter und die haben schon, boom, okay, und das ist auch körperlich ein anderes Ding. Wir wissen alle, als wir das erste Mal Workout gemacht haben nach der ganzen Shutdown. Man geht an den Treadmill oder Crosstrain und denkt nach zehn Minuten, war das eine halbe Stunde? Moment mal! Und es ist ein bisschen so, man probt, aber es ist ein anderes Ding. Man muss die Energie, Gott sei Dank, die Adrenalin kommt dazu und man kriegt natürlich zurück von das Publikum, weil man denkt in die Probe, wie, 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 und wie mag ich das sechsmal hintereinander? Aber das ist eine Kombination von Technik und Vertrauen und man muss einfach mutig sein. Aber wenn man das gemacht hat, hat Katharina auch gesagt, ist das besser denn danach? So ungefähr die fünf Shows, dann komme ich durch, aber man kommt durch. Ich brauche dann einen Tag, vielleicht ein bisschen länger als vorher, wieder zu recoveren, zu erholen davon. Normalerweise, wir haben immer montags frei. Und so jeden Montag, hm. Ich brauche Montag einfach Netflix und chillen und einfach so, hm. Und dann den nächsten Tag die Wäsche zu machen, zum Bank zu gehen, so alle die Dinge zum Supermarkt, so alle die Dinge, dass man magt. Ich habe das vorher alles auf einen Tag, jetzt brauche ich zwei. Ja, das ist wie mit dem Alkohol, das man ja auch immer gemerkt hat. So ist es. Ja. Die Alkohol-Fahrer nicht mehr trinken. Ja, und obendrein ist es ja so, also gut, du stehst dann nur, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, vielleicht zwei bis drei Stunden abends auf der Bühne. Aber das ist ja voll, Full-Body-Workout, sage ich jetzt mal. Ein Mental-Workout auch. Auch, ne, natürlich. Und man ist nervös, natürlicherweise. Und das muss man ja auch irgendwie erstmal so ein bisschen loswerden im Zuge der Show. Und natürlich musst du dann auch ja sicherlich jeden Tag oder alle zwei Tage spätestens auch für dich selbst trainieren. Ja, ja. Stimmtraining machen und sowas. Jeden Tag. Das macht man ja auch, wenn man 30 Jahre auf der Bühne steht, wahrscheinlich noch mehr gemäßigt. Ja, 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 es ist wie ein Athlet. Und die älter man ist, muss man das mehr. Weil es ist der Stimme natürlich, aber das, die, für mich ist das, Gott sei Dank, das geht gut. Aber so die Knie aufzuwärmen und die Hüfte aufzuwärmen, die High Heels, I had eineinhalb Jahre, kein High Heels, kein Magic-Unterwäscher, meistens kein BH. Ich habe ein Onesie und war gut. So, das ist auch etwas, dass man, oh ja, stimmt, Make-up, Wimpern, das war ein bisschen anders. Aber ich finde, es ist gut, dass wir sprechen auch darüber, weil ich habe das Gefühl, dass viele Leute denken, ich muss jetzt, ich muss zurück sein, wo ich war. Und das ist erstens niemand. Wir würden alle nicht, wo wir waren. Goodbye. Dieser Zug ist jetzt schon, das ist vorbei. So traurig, wie das ist, wir müssen auch ein bisschen nachtrauern. Aber wir müssen das kreativ sehen und gut zu uns sein, geduldig mit uns sein und sagen, okay, ich habe gearbeitet heute, ich muss jetzt halb zehn ins Bett sein, ist auch okay. Und gut essen und pass gut auf. Ich sage nur zu euch, was sie zu mir sagen immer, weil ich kann sehr streng mit mir auch selbst sein im Moment. Das geht überhaupt nicht. Streng geht überhaupt nicht. Why? Warum sollen wir streng mit uns sein? It's a hard world. Aber dann ist es jetzt eher so ein neuer Start, ne? Ja. Aus der Betrachtung heraus. Und zwar alles, was war, das war. Und jetzt fangen wir einfach mal neu an und gucken, wo wir rauskommen. Im besten Sinn, you know, ich bin auch jemand, ich glaube, wir müssen immer, wenn wir sagen, glas voll oder glas haubleer. Haubleer. Und ich sage immer, der Unterschied zwischen Amerika und Deutschland, ich bin so oft gefragt, you know, hier in Deutschland, wir sagen meistens scheiß Glas. Und das ist, ich glaube, wir müssen wirklich sehen, was wir haben und dass wir gut durchgekommen sind, dass wir, ich glaube, ich hoffe, wir haben alle gelernt in dieser Zeit, dass was wichtig ist. Und unsere Freunde und dieser wunderbare Beruf, dass ich habe, dass wir Jobs haben, dass wir gesund sind, you know, Gesundheit und Glück. Ich habe gedacht immer, das ist so eine Floske, aber ist es nicht. Das ist wirklich, und unsere Freunde, die wir vermisst haben und einfach dann hier zusammen zu sitzen, ist wahnsinnig wichtig. Und wenn wir gucken andere Länder an, es ist, und wir sind nicht allein, das war eine Global Pandemie, ist noch eine Global Pandemie, sodass wir auch ein bisschen Geduld mit uns und mit anderem haben müssen. Und ja, das ist, ich bin immer, der Show ist auch eigentlich ein Plädoyer für Akzeptanz voneinander und Solidarität allerdings, weil die Leute jammern und, ah, das ist zu viel und das ist, okay, just shut up now. Ja, es ist, es ist, wie es ist und es ist okay. Ich finde, es ist nicht zu viel verlangt, dass wir, ja, okay, ich bin auf der Deutschen Bahn, nach der fünften Stunde ist der Maske ein Pain in the Ass, aber trotzdem, ich möchte nicht, dass du krank wirst. Richtig, genau. Und da sitzen halt vier Leute auf engem Raum, wo ist es halt leider. Ja, so, you know, I mean, im Moment, das müssen wir machen und dann irgendwann geht man draußen, wenn der Zug stoppt, ich frage der Schafner, darf ich kurz der Maske und ein bisschen Luft in Hannover oder irgendwo, wo man ein bisschen fünf Minuten hat in Ham oder etwas, und man darf das machen. Ich frage und die sagen ja, ja, go ahead, so geht draußen kurz und dann ist es okay. Hab mal was Luft, ja. Ja, Luft schnappen immer wichtig. Der war tatsächlich eine Schlagzeile in the New York Times, mittendrin in the ganzen Lockdown. Und die Schlagzeile war, Zitat, outdoor air is good. New York Times. Wow. Ich hab gesagt, na Deutschland, Hut ab. Deutschland weiß das. Luft schnappen, luften, Stoß luften. Welt champions damit. Wahrscheinlich ein sehr deutsches Phänomen, Stoß lüften. Ist es? Als ich das Wort erstmal gehört, hab ich gedacht, hallo, mit Stoß lüften, not mit mir, Mister. Ich hab mal bei einer großen Wohnungsgesellschaft einen Mietvertrag unterschrieben und hab dann zum Mietvertrag noch so ein Dokument bekommen, wie man richtig Stoß lüftet, wann man richtig Stoß lüftet. Das war vor der Pandemie, oder? Das war vor der Pandemie, ja. Sehen? Um Schimmel vorzubeugen und so weiter. Aber es stimmt, es stimmt auch. Nach 30 Jahren hier denke ich, die Deutschen sind so klug. Obwohl ich darf jetzt wir Deutschen sagen, weil ich bin auch deutsch geworden. Das ist übrigens sehr interessant, du hast ja die letzten zwölf Monate einen richtigen Wahlmarathon hinter dir gebracht. Oh ja, stimmt. Ich habe immer noch meine amerikanische Passe, die haben so viel gewählt. Weil, das ist ein Grund, warum ich, ich war 27 Jahre hier in Deutschland, bevor ich meine Einbürgerung gemacht habe. Und klar, das war nach der Wahl von Donald Trump als Präsident, was für mich ein Tragödie und ein tief, tief, tief Schock war. Und ich habe, es war nicht, oh, fuck you, Trump. Es war mehr, oh my God, ich bin 27 Jahre hier, ich zahle meine Steuer, aber ich darf nicht wählen. Und was ist, wenn hier sowas mal passiert? Ja. Dann hat man nicht teilnehmen können. Ja, ich möchte teilnehmen hier. Und das war, es war ein wichtiger, auch meine Mutter ist vor zehn Jahren gestorben, mein Vater ist vor 30 Jahren gestorben. Die waren auch weg. Und ich habe keine Kinder, wo ich denke, oh, er muss zurückgehen und die Wurzel haben. Ich bin hier. So, das, meine erste Wahl, meine erste Bundestagswahl, das war was. Das war so, ich war so, ich war so dankbar, dass ich das machen darf. Und das war wirklich, hier in Berlin, wir haben so vier verschiedene Seiten. Ich habe echt gedacht, oh, oh, oh. Und dann habe ich meine Brille vergessen, dann ich war, oh no. Aber ich habe, ich habe gut recherchiert vorher, ich habe gewusst. Ich glaube, ich habe die richtige Kreuze, die richtige Ort gemacht. Was, glaube ich, der größte Unterschied ist, ist, dass der Wahlzettel, also wir hatten jetzt hier nochmal vier, ich glaube jetzt 2021 waren sogar vier Wahlzettel, weil verschiedene Parlamente gewählt worden sind und Vertretung. Volksentscheidung. Genau. Aber im Gegensatz dazu hat man ja auch nochmal den großen Unterschied, in Amerika gibt es, glaube ich, natürlich die zwei großen Partys, die zwei großen Parteien. Ja, eigentlich nur zwei. Und dann gibt es manchmal noch Einzelkandidaten, habe ich nochmal gesehen, aber so zwei Einzelkandidaten, so drei, die ja noch vielleicht unterschiedlich sind, also maximal fünf. Man wählt aus maximal fünf und hier macht man den Zettel zur Bundestagswahl auf und fragt sich erstmal, wow, hier stehen Parteien, von denen habe ich noch nicht mal was gehört, das ist stimmt. I did the Valomat, was kam raus? Tierschutzparteien. Oh, toll, ja. Ich glaube, weil ich an Kinder, Kitas und Fahrradwege und Menschenrechte glaube, ich weiß nie was, aber Tierschutzpartei. You know, es ist interessant. Die anderen Dinge in Amerika, weil die machen es, diese ganze Trumpian Rechtsleute, diese ganze putschbegeisterte Pack sind immer noch da. Ich sage immer, die sind ein bisschen wie die Kakelaken in meiner alten Wohnung in New York, weil es ist egal, wo man wohnt in New York, man hat Kakelaken. Das ist, es ist egal, wie viel Miete man zählt und man zahlt viel Miete, aber ich habe immer nach Hause gegangen, nach einer Show, in die Küche, die Licht angemacht und die sind weg. Die rennen weg, aber die sind immer noch da, die sind nur versteckt und das ist, wie es ist in Amerika. Und diese Sofa-Check sind die auch nicht. Es gibt immer noch 35 Prozent, die denken, dass the orange monster, wie ich ihn nenne, or the apricot asshole, whichever, dass er immer noch Präsident ist. Und es ist, die machen es nicht leichter, dass Leute wählen gehen. Und das sagen wir in Amerika, die Wahlbeteiligung ist, nennen wir das ausbaufertig. Ausbaufähig. Fähig, danke. Ausbaufähig. Und das stimmt auch, weil man wählt auf einen Dienstag, es ist immer auf einen Dienstag, es ist ein Arbeitstag, man kriegt aber nicht frei von der Arbeit. Und in Orten, wo, und das sagen wir so, es sind Orten, wo viele schwarze Leute sind, vielleicht außen in die Pampe irgendwo, du musst einen Bus kriegen, der Bus kommt nur zweimal am Tag. Es ist nicht immer leicht zu wählen in Amerika. Und die machen das immer noch, die probieren das, diese Wahlkreise zu manipulieren, dass es immer schwerer wird. Ich denke immer, stell das in Deutschland vor. Wahltag ist auf einen Dienstag, aber man kriegt nicht von der Arbeitgeber frei. Aber erstens, da wird so eine Aufruhr in die Bevölkerung, das ist gut so. Und ich finde das auch toll. Ich habe so gewählt und es ist gut gegangen. Ich bin in Schörnerberg, es war easy in Schörnerberg. Ich bin gegangen und dann Kaffee, Kuchen und dann waren wir Punkt 18 Uhr vor dem Fernseher Jörg Schördenborn gesehen. Ich liebe es mit seiner Prognose, so Punkt 18 Uhr, das ist so deutsch, ich liebe es. Jörg Schördenborn, der Dalai Lama der Wahlbeteiligung in Deutschland. Abendbrotzeit, Fernseher an. In Echtzeit, ich bin so alt, ich gucke Fernsehen in Echtzeit. Ich lese die Zeitung auf Papier. Ich muss Leuten erzählen, was Papier ist. So eine kleine Scheibe von Bäumen. Denk Baumcarpaccio, sage ich immer. Da sieht es ja auch gerade nicht ganz so gut aus. Ich habe gehört, dass einige Zeitungsverlage gerade gucken müssen, ob sie noch genug Papier kriegen, weil die Papierindustrie gerade Probleme hat. Ja, ja, ja. Und nicht, dass das morgen früh beim Frühstückstisch ein bisschen traurig aussieht. Nee, ich wechsle jetzt. Ich habe auch, ich meine, das ist so ein anderes Ding, das ist natürlich in die Lockdown-Zeit, wie man Dinge hört, wie man Dinge lest. Ich lese meine Bücher, Bücher gebe ich schwer auf. Weil E-Book is not my thing, aber ich mache viel mehr natürlich auf dem Phone, auf dem Computer. Aber ich bin, ich tue, was ich kann. Ich nehme immer ein E-Paper-Abo, weil ich möchte auch JournalistInnen unterstützen. Weil ich finde es unglaublich wichtig, es gibt JournalistInnen, weil die Leute, die sagen, ach, der Media. Erstens sage ich immer, Media ist eine Mehrzahl. Es gibt mehrere. Und man muss einfach einer der vertrauen. Wir wohnen in Deutschland mit Zeitungen wie die Suddeutsche und die Zeit und Entschuldigung. Das ist Weltklasse Journalismus und wir brauchen das in dieser Welt. Und was sie ja auch erkannt haben, ist, dass man sich zusammentun kann. Das finde ich ja auch schön, dass selbst Journalisten gemerkt haben, es macht Sinn, grenzübergreifend zusammenzuarbeiten. Wenn ich jetzt an die letzten, das war nicht die Panama, sondern die, was war die letzten? Pandora. Pandora, ja. Hauptsache PR am Anfang, genau. Wo viele internationale Medien zusammengearbeitet haben, um das auszuwerten und dann gemeinsam zu sagen, so, jetzt veröffentlichen wir das. Also es lohnt sich, in richtigen Journalismus tatsächlich zu investieren und zu lesen. Und es ist nicht so viel. Das ist auch ein Ding, wo ich finde, das ist, es bleibt in Grenzen. Wenn man kann. Das ist wichtig. Wir kommen jetzt zurück zur Bühne, glaube ich. Oh, yes. Die Frage, also wahrscheinlich mit einer der meistgestellten Fragen. Du bist in Amerika, New York. Die ganze Welt ist quasi für dich offen und du landest in Berlin und ich sag mal, verliebt sich mehr oder weniger in die Stadt. Warum ausgerechnet Berlin? Es hätte auch Paris, London oder vielleicht auch Hawaii. Irgendwo mit der Mutter sprachen. Hawaii. Meine Mutter sagt, oh, you could have moved to Florida. Manchmal im März, wenn es kalt und grau hier ist, denke ich auch, why the fuck didn't I move to Australia? Australia. Durch Freunde. Ich habe 13 Jahre in New York gewohnt und gearbeitet. Ich war auf einem Punkt, es war mein 30. Geburtstag, so wie Dinge zusammenkommen. Es war mein 30. Geburtstag. Ich habe hier gearbeitet. Ich habe in West-Berlin gearbeitet, in den 80er, als ich blutjung war. Ja, weil damals war ich im Tanztheater, würden wir hier sagen. Aber die Tanztheaterwelt in New York in den 80er Jahren, da war so ein Credo, jeder Körper ist ein tanzender Körper. So, es war nicht dieser, wir sahen nicht aus wie Piener Bausch-Tänzer. Und ich war immer die witzige, singende Mensch in ein ernsthafterer Stück. Und, denn man hat irgendwie, da war diese Verbindung zwischen Berlin und New York in die Tanzszene, the downtown dance scene, hat man das genannt. Und jemand hier, the Tanzfabrik in Berlin, die haben gesucht, ein witziger, singender Mensch für ein Stück. Und jemand in New York hat gesagt, kennt ihr Gail? Ach ja, oh ja, so, irgendwie. Und ich war hier in die 80er, ich war sofort geliebt in diese Stadt ein bisschen. Ich war nur, nur einmal anders wie das, als ich erstmal nach New York ging, aus Brockton, Massachusetts, wo es ein kleiner Dorf ist, südlich von Boston. Und ich war mit zwölf in New York zum ersten Mal, und das war in den 70er. Times Square, das war Taxi-Driver von Scorsese. Ja. Das war hardcore. Aber ich bin so, von der Bus, mit einem Stepptanzkonvention, so ein Messer für Teenagers, Stepptanz. So, ich kam aus dem Bus mit meinen Kolleginnen, oder in meiner Schulklasse eigentlich, und guckte, und die waren alle so, eww. Und ich war, das ist fantastisch. Ich war, ich will nur live hier. Und das war der Anfang von das. Und als ich erstmal nach Berlin kam, es war West-Berlin, ich war auf dem Zug, und wir sind im Osten, so in Ost-Berlin, um die Grenze, um die Transit gegangen, die kommen rein mit Hunden, mit Maschinen. Und ich habe gedacht, was ist, welcher Film ist das denn? Und dann habe ich die Leute hier kennengelernt, und die waren so, ach, ein Freund hat gesagt, hier, ich fahre jetzt drei Wochen weg, kannst du mein Katzenfutter hier sehen, hier ist dieses Schlüssel. Und das war so, Kantstraße, Charlottenburg, große Wohnung. Ich kam aus New York, und so eine Schuhbuchse habe ich, Schuhkarton gelebt. Und das war mit Kakelaken, und das war wirklich toll, hier zu kommen. Und, you know, ich glaube, man denkt immer, oh, deutsche Leute sind so ein bisschen kalt und ein bisschen so distanziert. Nein, das war wirklich so, diese Gastgeberfreund, ihr seid super Gastgeber, muss man sagen. Ihr weiß, ach komm, ihr kommt in New York, das ist wirklich so 48 Stunden, denkt man, weil einfach die Wohnungen sind so klein. Man denkt immer so, okay, gut, ich bin hier für zwei Tage, wo geht, wann gehst du denn? Und hier, das ist wirklich, auch wenn man nicht so viel hat, okay, weißt du was, wir machen ein bisschen Spaghetti heute Abend, oder ich koche eine Suppe, oder hier ist eine Decke, du kannst bei mir pennen. Es war, auch, wir waren alle, ich war 24, 25, so das war einfach diese Großzugigkeit. Und dann, als die Mauer fiel, ich habe immer gependelt, wo die Arbeit war. Und ich habe gerade mit Philip Glass gearbeitet im Lincoln Center, das war wirklich so, wuh, wuh, wuh. Und es war ganz klar, entweder ich hole mich jetzt einen Agenten und ich probiere so durchzukommen, das ist ganz klar, ich würde immer der singende Witziger. Und in dieser Zeit habe ich gedacht, ich würde immer die Zweitbesetzung sein, oder die funny beste Freundin, oder etwas. Dann ist die Mauer gefallen und Tanzpublik hat mich gefragt, hey, kommst du für zwei Jahre jetzt? Und ich habe gedacht, die Mauer ist unten, ich muss da sein. Das muss ich da sein, weil ich war verliebt in diese Stadt sowieso. Ich habe gedacht, wenn ich das jetzt nicht mache. Und ich war schon 13 Jahre in New York und es war wunderbar, aber ich finde, ich bin genau in die richtige Zeit weggegangen, weil es war dann so teuer, weil damals könnte ich ein Leben als Künstler leisten. Ich war in einer WG mit einem anderen Performer, ich habe gearbeitet in einer Waldorfschule als Kindergärtnerin, als Tagesjob, aber man kam immer durch irgendwie. Aber puh, jetzt wird das ganz, ich habe in Manhattan gewohnt, das war wirklich toll. Aber ich bin genau in den Moment gegangen, wo die Preise waren wirklich gestiegen. Und damals war ich in Berlin, Anfang der 90er könnte man auch, ich habe mein erstes Theater für meine eigene Show in Kreuzberg gemietet, 75 Mark der Abend für das Theater. Könnte man das leisten? Wow. Nicht mehr. Berlin hat sich aber auch sehr viel verändert seitdem, ne? Ich liebe es noch, aber ich hoffe, dass es bleibt ein Ort, wo Künstler und, ich habe ein Lied einmal geschrieben, der Staat der schwarzen Schafe, weil das ist Berlin für mich, ist, wenn man nicht so ganz reinpasst, traditionell war das so, man hat hier, wenn man möchte nicht so bunt gehen, hat man hier gekommen. Oder als Punk-Rocker oder als Schwuler, als uns alle Künstler kam man und war akzeptiert. Und ich hoffe, dass das so, und man könnte es leisten. Das ist die andere Dinge. Und ich finde, das ist immer, Berlin ist jetzt ein bisschen, das war immer so Ausnahmezustand hier mit, wow, es ist nicht wie Paris oder London, geschweigend in München oder Köln oder Hamburg. Man kann das lernen, nee, nee, nicht mehr. Jetzt ist es normal, sagen wir so. Und das ist dann ein bisschen tricky, weil es wird einfach, ich meine, alles wird teurer, aber Berlin ist jetzt wieder wie jeder andere normale Großstadt. Und manchmal, es gibt zu viele Amerikaner hier, kann ich das sagen? Man geht nach Neukölln, Kreuzkörl, irgendwelcher Hipster-Gegend, Prinzlauberg. Man hört nur Englisch und selbst ich sage, lernt Deutsch. Leute. Ja, das ist mir auch schon vor ein paar Jahren aufgefallen, dass man auch so in einer Bar oder im Restaurant schon auch sehr schnell schon auf Englisch bedient wird, angesprochen wird, was ich nicht schlimm finde. Ich spreche ja auch relativ gutes Englisch, aber es ist schon ein bisschen irritierend, finde ich, wenn man das nicht erwartet. Ja, weil ich war immer, auch mein Deutsches immer noch etwas katastrophal, aber, thank you, nach 30, ja, he said no, 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 yes, yes. Ja, weil ich habe es nie richtig gelernt. Und das ist das Ding, das ich möchte dann sagen zu Leuten, die hier kommen und hier bleiben möchte oder hier ein Karriere machen möchte oder hier einfach nicht einsam möchte sein. I mean, klar, wenn man, und ich bin super privilegiert, ich bin ein weißer amerikanischer Frau, you know, whatever, I guess, weißer hetero cis Frau, das ist aus Amerika, das ist wirklich, und ich bin freiwillig hier gekommen. Es gibt für Leute, die in irgendwelchen traumatischen Zustand gekommen sind, okay, take your time, aber für Leute, die hier kommen, weil die Wohnungen billiger sind als in Brooklyn, learn the fucking Sprache. Das ist einfach höflich und das ist auch weniger einsam, weil du möchtest nicht nur mit Englisch sprechende Leute, du möchtest natürlich auch Leute kennenlernen. Das ist klar, wir wissen alle, es gibt auch so Liebesaffäre, wo man denkt, super, die sprechen nicht meine Sprache, muss nicht mit denen diskutieren. Aber dann irgendwann möchte ich vielleicht doch ein bisschen intellektueller unterwegs sein. Sagen wir so. Ich weiß von meinen ersten Eindruck, den ich von Berlin hatte, ich war 1998 im Rahmen der Schule Zoologischer Garten. Wir waren gestern Abend noch mal länger da und da habe ich auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Das war halt schon noch relativ rau, es war noch sehr wüst, ein bisschen unstrukturiert, dunkel, dreckig. Inzwischen, also es ist nicht der schönste Platz geworden, aber es ist luftiger geworden, würde ich sagen, es ist offener geworden. Und das ist, und den Zoo Palast haben die auch toll restauriert, ein Bikinihaus, das ist dann, und CO Gallery, und the Helmut Newton Photography Museum ist fantastisch. Das ist, es ist nicht so, es ist nicht die schickste Stelle, aber auch die andere, denn wenn man denkt, oh das stimmt, mit Primark ist auch da, aber Beate Use war früher, jetzt Primark ist wo Beate Use war. Und so das ist ein Unterschied. Es geht immer noch um Wäsche. Billigwäsche auch. Es ist natürlich auch in der Stadt, die Zentrum ist, klar, das ist Mitte, ist Mitte jetzt und natürlich die Hipperneberheit, das wechselt jede neun Monate sowieso. Also, ich glaube, Momoa Beat ist schwer im Kommen jetzt, sagen die junge Leute zu mir. Aber was war dein erster Eindruck, als du hingekommen bist? Also ich stelle mir gerade vor Mitte der 80er Jahre, da wird das wahrscheinlich erstens natürlich dieses Beengte gewesen sein, also Berlin war ja noch geteilt. Es war dreckig, er hat gestunken. Das war dieser, wenn der Wind kam von Osten, das war diese Trabi-Luft, war echt, oh, ein Kohle. Ich habe das Gefühl, dass für mich in den 80er Jahren Kohlenheizung, und auch heißes Wasser, das ist bevor ihr geboren war, Heißwassermaschine, du musst das Wasser, bevor du in die Badewanne, du musst die Heißwasser erstmal machen. Ein Boiler. Ein Boiler. Und dann auch, wenn man eine Waschmaschine hätte, war das mit einer Schleudermaschine. Und ich habe gedacht, das Americaner, der kam an, der war vier Fernsehsender, und Mittelnag war das vorbei. Ich habe echt gedacht, ist das 1830 in Montana? I felt like irgendwelche Pionierenfrau, so unsere kleine Farm, sowas. Weil das war für mich, da haben die keine, hä? So das ist natürlich in die Zeiten, die 30 Jahre, die ich hier bin, das hat wirklich sowas von verändert. Ich meine, der Kohlenoffen hat etwas, aber ich erinnere mich, natürlich, ich war wie jeder, ich habe immer Zentralheizung gehabt, und ich bin irgendwie nach einer Show, freezing cold in Februar, das ist keine Heizung, und ich probiere das irgendwie anzumachen, nur Rauch in die ganze Wohnung. Und Berlin kann sehr, sehr kalt sein im Februar, für alle, die es nicht wissen, also es ist schon… Und dann, ich habe diese Elektro-Hund gehabt, so eine Portable-Heizdinger, und dann, ich glaube, ich habe in irgendwelchen, ich habe überhaupt keine Gedanken gemacht da drüben, ich war nur aschikalt, und ich glaube, ich habe dann irgendwann 1200 Mark als Stromrechnung bekommen. Oh mein Gott, was mag ich jetzt? Naja. Und du bist trotzdem hier geblieben, das fand ich nur gerade so interessant, das ist so… Ja, man lebt, man lernt. Ich meine, ich war, ich meine, das ist auch, vielleicht das ist auch der echte Antwort zu diesen Fragen auch, nicht nur, dass ich Freunde hier gehabt habe, und Arbeit, weil das war auch, in Amerika habe ich immer ein anderer, mindestens ein anderer Job gehabt, ich war wirklich eine Kindergärtnerin-Assistentin. Und ich habe Lincoln Center gespielt abends, morgens wieder zurück zu den Zweijährigen, und ich habe Windel gewechselt, und ich habe irgendwann gedacht, das ist sehr schizophren, weißt du, weißt du, so, ich möchte gerne eine Vollzeitkünstlerin sein. So, das war der eine Grund, ich habe einen Vertrag für zwei Jahre bekommen, es war die Arbeit, ich möchte das machen. Auf die andere Seite, ich finde es wahnsinnig gesund für Menschen, wenn man die Möglichkeit hat, in eine andere Kultur zu gehen, die Kulturen sind nicht so weit voneinander, aber trotzdem doch, und eine andere Sprache zu lernen, andere Sitten, andere Traditionen, andere Geschichten, besonders hier die Geschichte, I mean, it opens up your world, and I find, and your identity. Denn bist du plötzlich nicht nur die Tochter oder Sohn von so und so und so und so, die Schwester von so und so und so und so, der beste Kumpel, oder für mich in der Tanztheatergruppe, wo ich war, ich habe eine tolle Regisseurin, Yoshiko Chuma, eine Japanerin, wir waren acht ganz verschiedene Menschen, aber wir haben immer eine Farbe gehabt. Ich würde immer die rote Farbe sein, die witzige sein, für sie. Und dann habe ich gedacht, hm, was anderes kann ich sein. Und ich finde, das ist immer, wenn man die Chance hat, die Horizont zu verbreiten, warum nicht? Auch privilegiert, ne? Das ist, äh, diese Wahl zu haben alleine schon, ne? Die Wahl zu haben, ganz genau. Abenteuerlich war es auch. In einer Stadt, die sich viel verändert. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wir haben dein Programm, haben wir es am Anfang eigentlich richtig… Oh yes, we can talk about wieder da. Ja, genau, richtig. Wir haben es kurz angesprochen und dann haben wir es aber eigentlich geschickt im Schiff wieder da. Worum geht es eigentlich? Wenn du es schon Anfang 2020 gemacht hast, dann hat das ja also ursprünglich gar keinen direkten Corona-Bezug. Doch, 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 doch. Wir haben es gewechselt. Original möchte ich ein Show namens Make America Gale Again machen. Vor der Wahl in Amerika und so. Und dann irgendwie nach George Floyds Ermördung, das war nicht mehr, ha, 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 witzig, ha, ha. Aha, ich bin 30 Jahre hier in Deutschland und ich sage Amerika, was es besser machen soll. Ich habe gedacht, no, 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 das ist, für mich ist SAS nicht richtig mehr. Gute Titel, aber leider. Und wir haben echt einen Fototermin, wir haben Plakatieren, wir haben alles, wir haben große Plakate mit mich als, als die amerikanische Präsidentin mit einem großen Adler auf meinen Arm. Alles futsch. So, wirklich, das war wirklich auch finanziell so, oh, 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 weil wir produzieren das auch selbst. Aber, denn alles war gecancelt. Dann haben wir gesagt, okay, wir sind wieder da. Das war dieser, okay, come back. Aber, alles hat sich nochmal verschoben und verändert. Ich habe auch so Dinge gegen, ich habe ein schöner, wutgeladener, 20-Minute-gemonolog gegen Trump. Das ist auch jetzt weg, weil das ist eine andere Realität jetzt. So, alles ist neu gemacht, aber wir sind wieder da. Das ist, es ist einfach, genau was wir gesprochen haben am Anfang, diese, was bedeutet das, wieder da zu sein für uns alle? Und was ist wieder da? Und es gibt, sind wir wieder da? Bin ich wieder da? Und was ist wieder? Und wo ist da? Und gibt es vielleicht andere gute Sachen, die wieder da sind, wie Menschlichkeit, ein bisschen Solidarität, ein bisschen füreinander, aufeinander, zueinander, Acht geben, ein bisschen Freundlichkeit, ein bisschen, ist es nicht schlecht, zu Hause zu kochen und einfach die beste Freundin oder Spieleabende zu haben. Ach, mein Bremer und ich bin 25 Jahre zusammen mit meinem Mann, er ist Bremer, ne? Und wir haben wirklich Jigsaw, wir haben gepuzzelt. Ich habe gedacht, okay, wir sind so alt jetzt geworden. Aber das hat uns geholfen, in irgendwie diese Tradition jetzt für Spieleabende zu haben. So, das macht so viel Spaß, Knasterabende zu haben. Aber das macht Spaß, ne? Oder wir haben die alte Trivial Pursuit rausgebracht oder Scrabble oder ich weiß nicht was, aber ich bin jetzt auch ein Mau-Mau-Champion. So, es gibt Dinge, wo ich finde, das ist auch wieder da. Das ist auch so etwas, wo man denkt, ich spreche viel öfter mit meinem Bruder und meiner Schwester in den Staaten. I finally got them on FaceTime. Die sind älter als ich. Das ist so, okay. Und das war auch so. Es ist gut, meine Bruder und meine Schwester öfter wieder da zu haben. So, you know, es ist optimistisch, wie immer mit mir. Es ist eine Mischung aus neuer Lieder, viele neue Lieder und Comedy. Natürlich auch ein paar Dinge zu heulen. Es gibt ein paar. So, Marion Lux ist immer da. Er ist auch wieder da. Mein fantastischer Komponist und Begleiter. Und wir bauen das zusammen, Step by Step. Ein Abend zu haben, wo man kommt rein und man fühlt sich besser, wenn man weg... Das wir zelebrieren auf der einen Seite, aber wir denken ein bisschen nach und denken, okay, und probieren ein bisschen Mut zu geben. Weil es ist nicht leicht im Moment. Es ist nicht, okay, jetzt alles ist besser. Ist es noch nicht? Nö, es sind alles kleine Events. Also auch so dieses ins Restaurant gehen ist auf einmal was Besonderes. und man schätzt das ganz anders wert, glaube ich auch, als ich das vorher getan habe. Das war diese Preisverleihung für die Deutsche Musical Academy. Das erste Mal, ich habe mich wirklich fein gemacht. Ich habe so Abendgeleiter angehabt und ich habe gesagt, ach, auch schön. Trotzdem mit Turnschuhen, aber immerhin. Ein bisschen Bequemlichkeit muss ja noch bleiben. Ja, ein bisschen bleiben da. Und das müssen wir auch... Ich hoffe wirklich, dass das nicht weggeht. Es gibt so viele Dinge, die wir für's gegratet haben. Man sagt einfach so, oh ja, so ist das. Ja. Ja, so ist das nicht, you know. Ich finde, das hat man auch gerade in der Kultur gemerkt, dass irgendwie, wir hatten ja alle Möglichkeiten, die man so hatte und man konnte jeden Abend woanders hingehen, irgendwas anderes machen und ich glaube, ganz vielen Leuten war gar nicht bewusst, wie wichtig das auch ist. Also generell wichtig, aber auch für Menschen. Für die menschliche Seele. Ja, absolut. Und dass es auch Existenzen natürlich im Endeffekt betroffen hat und nicht wenige. Und wie ging es dir eigentlich damit, als der Lockdown begann im März 2020? Das war ein großer... Ich habe auch gerade in diesem Lockdown meinen sechstesten Geburtstag gehabt. Und man denkt, habe ich so lange gearbeitet? Und das ist nicht... Ich produziere meine eigene Shows, das ist nicht... Und mein Mann arbeitet mit mir, er produziert die Shows. Und ich habe keine reiche Familie. So ein bisschen you're on your own. Und das war dann, okay, alles ist gut, wenn ich arbeiten darf. Aber ich habe gestoppt. Und das war, ich muss sagen, danke Deutschland. Wir haben so November-Hilfe, Dezember-Hilfe bekommen. Und Gott sei Dank habe ich dann letztes Jahr, November und Dezember, Magic Mike live gemacht. Danke Channing Tatum, dass du mich toll bezahlt hast und dass ich dann dadurch diesen November und Dezember durchgekommen bin. Das war... Ich finde das richtig so auch. Das Solo-Selbstständige und Künstler. Ich kann nicht jammern über das. Und ich bin sehr dankbar dafür. Aber man kommt auf einen Punkt und meinten, wow. Ich glaube, wir haben alle irgendwas. Es gibt in Sex in the City ein Ding, wo Carrie hat kein Geld plötzlich. Und dann sie guckt, sie sagt, I don't know where all my money went. Und dann sie guckt in der Schrank, das sind alle Schuhe, natürlich. Meine ist nicht Schuhe, meine Shows. Ja, und das ist so ein bisschen, ah, oder ein netter Urlaub. Oder ich brauche nicht so viel. Da habe ich so... Und dann das war so ein bisschen, oh, okay. Was mag ich jetzt? So finanziell, wir sind gut durchgekommen. Wir sind... Könnte die Miete zahlen. Könnte... Wir haben schön gekocht und es ist alles... So, Gott sei Dank, das ist alles. Und so Dinge wie Steuervorauszahlungsänderungsmechanismus ist ein Wort. Ist wirklich ein Wort. So thank you all to my Steuerberaterin, who really helped me durch, auch. Aber es war existenziell. Es war ein Moment, wo man denkt, okay, wie geht das weiter? Jetzt geht das weiter, wenn es nicht weitergeht? Was dann? Ich kenne Kollegen, die haben gesagt, okay, weißt du was, ich möchte nicht mehr in der Stadt wohnen. Oder andere Leute, die zurück sind zu den Eltern oder auch wie immer, die aufzupassen oder zu helfen. Und haben gesagt, weißt du was, wo ich bin, ist gut. Und ein paar Leute, die jetzt in Gesundheit oder Pflegebranche arbeiten, weil ich möchte etwas Sinnvolleres. Und das finde ich auch lobenswert, you know. Aber ich bin ein alter Showgirl, ich glaube, das ist noch... Jetzt ist nicht die Zeit aufzuhören. Man muss es ja auch leisten können, ne? Also ich habe mir das auch schon mal mehrmals überlegt. Ich glaube, für ein, zwei Tage zu unterstützen in der Pflege und so weiter. Das wäre für mich realistisch. Ich glaube, wenn das mein täglicher Beruf wäre, es würde mich so viel Kraft kosten. Ich glaube, ich könnte den Menschen nicht so viel Gutes tun, wie es richtig wäre. Also ich wäre relativ schnell genervt oder ähnliches, was nicht gut ist für die Menschen. Ich glaube, Leute in jeder Pflegeberufe, die treffen hier heute in Berlin eigentlich, weil es muss besser, ich denke, immer jede Pflege, jede Krankenschwester, Krankenbruder, I don't know if that's a word, also die Pflegeberufe und Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen, Lehrer, warum sind die nicht viel mehr bezahlt als ein Banker oder einer, you know, that's the world. Das ist auch ein bisschen, wenn vielleicht das auch ein guter Ding ist, wir gucken die Gerechtigkeit an jetzt und sagen, hey, wow, guck mal, was die leisten. Und ich glaube, wir haben ein bisschen mehr über das, und jetzt muss etwas, etwas muss ändern, dass die besser verdienen, dass die mehr Respekt bekommen. Und wenn es halt auch bessere Arbeitszeiten und genügend, ja, Hilfe, Unterstützung, mehr Leute einfach, die sich darum kümmern, weil ich glaube, das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, worum es ja auch gerade geht, ist, dass viele Pfleger sagen, ich schaffe das, also wir sind zu wenig, wir möchten gerne mehr sein, damit wir uns auch anständig kümmern können und eine alleine nicht so belastet wird. Das ist ein echt bescheidener Wunsch, weil nach mehr Geld rufen könnten sie nebenbei auch, glaube ich, ohne dass jemand was dagegen sagen würde. Ja, ja, absolut, absolut, weil das ist auch ein Beruf, wo wir werden alle irgendwann, egal ob das unsere Eltern sind oder Familie, Lebensgefährten und uns selbst, das ist, that's an Investment. So vielleicht, das ist auch etwas, das maybe, vielleicht eine, eine bessere Wertschätzung ist wieder da. Oder diese Bewusstsein, oh yeah, my God, I'm sorry, I forgot about that. Oder dass wir alle, dass wir alle zusammen in das sind. Das ist, obwohl wir waren so isoliert, ich glaube, wir haben auch alle gewusst, dass wir sind, das ist ganz klar, wenn somebody in ein Flugzeug hustet und dann kommt zurück hier. Ich meine, wir sind alle zusammen, it's one planet und das ist ein ganz anderes Ding, you know, wo unser Planet geht und wo unsere, wo diese Reise geht. Ich, für mich, ich bin 61 jetzt geworden, ich habe nie gedacht an sowas. And you know, I look, I've seen a lot of Roland Emmerich Films in meinem Leben und David Cronenberg auch, aber man, habe ich, ich denke manchmal, habe ich ein Casting, war ich in einem Casting und dann bin ich jetzt in so einem Film, weil das ist ein bisschen dystopisch und ein bisschen, man kann natürlich Angst kriegen, aber ich glaube, wir müssen wirklich die Dinge ins Leben und unser tägliches Leben, das wir erleben. Das ist so ein, wir wissen jetzt auch mit die Maske an, ganz am Anfang, ich habe Leute wirklich an den Kassierern in den Supermarkt mit meinen Augen sowas von Dankes gesagt. Vielen, vielen Dank! Augen zu meinen Augenbrauen hier oben am Stirn. Das, das einfach so random acts of kindness, wenn wir, es klingt auf Deutsch schon nett zueinander zu sein, aber ich meine das wirklich, dass, wenn wir, mach ein Tour offen für jemanden, hilf jemandem mit einem Kinderwagen unter die Treppe zur U-Bahn, sag nee, bitte, das, das man in Deutschland auch so, wir haben ein Glas Wasser, möchtest du auch so, man gibt jemand anderes das zuerst, es ist, ist nicht ohne. Ich hatte tatsächlich auf Höhepunkten des Lockdowns, ich war nur in einem Drogeriemarkt, habe Kleinigkeiten gekauft, habe halt echt einen schönen Tag gewünscht und es kam halt nette, freundliche Antwort zurück, weil sich auch beide in dem Moment einfach mal drei Sekunden Zeit genommen haben, höflich, tschüss zusammen, noch einen schönen Tag, zumindest und zwar ernsthaft. Ich glaube, es war vor Corona mehr eine Floske und auf einmal hat es eine ganz andere Gewichtung bekommen. Ich glaube, war es wenige Taten. Oder passt gut auf dich auf, wenn jemand sagt sowas wie das, pass gut auf dich auch. Genau. Oder Gesundheitenglück oder auch, ich könnte Tränen in die Augen. Ja. Das ist, es ist keine Floske. Ja, ich hoffe, dass wir halten das, weil ein bisschen, ich sehe hier in Berlin, das ist schön weg, diese, diese schöne, kleine, goldene Puffe, das wir gehabt haben. Aber ich, ich sowieso, ich, ich, ich habe das, ich habe zwei Freunde verloren in der Pandemic-Zeit. Und beide haben HIV-AIDS gehabt, auch und so, die waren in der Risikogruppe und haben das bekommen. Und das, diese Verluste, ich glaube, ich bin nicht allein sicher. Das ist, es gibt viele Leute, die haben Familie oder Freunde verloren. Und das ist auch, das wir realisieren müssen. Wenn jemand plötzlich kurz ist, ich denke dann manchmal, okay, ich weiß nicht, was deren Problem ist im Moment. Und ich glaube, wir brauchen diese extra drei Sekunden, bevor wir sagen, ach, fuck you. Ja. Ja. Okay, wir wissen nicht, was die anderen Leute haben mir zu tragen. Und, ähm, und nochmal, wir sind nicht allein. So, und vielleicht ein freundlicher, hab einen guten Tag, oder vielen, vielen Dank dafür, geht ein long way. Oder give your Kellner ein extra Euro, oder in der Kirsche etwas in den Basket oder zu einer, ich weiß nicht, irgendwelche, ich weiß nicht, ein Flow-Markt auf ein Kita oder etwas. Irgendwas, wo man ein bisschen helfen kann, wo man denkt, ach ja, bring, back etwas, bring das zu deinen Nachbarn, hilft auch. Du hast auch gerade gesagt, du hast jetzt quasi ein großes Jubiläum hinter dir. Ja. 60, stehst die 30 Jahre allein in Berlin auf der Bühne, mit 18 auch schon in Amerika. Was planst du für die nächsten 30 Jahre? Mehr Urlaube. Aber immerhin zwischen, you know, I mean, ich habe immer noch große Träume. Ich möchte wirklich eine Wahlbühne einmal spielen in Berlin, so Open Air und mit der ganzen, so noch ein großes Show. Ich würde die nächsten zwei Jahre, ich würde nächstes Jahr, ich vertrage es nicht unterschrieben, so, ich darf das nicht sagen, aber ein großes, nicht mein eigenes Show, ein, ein, sagen wir, ein Spiel mit Musik in eine norddeutsche Stadt, wenn ich das sagen darf, und die Hauptrolle spielen. Und ja, und dann in 23 mache ich eine ganz neue Weihnachtsshow, für Theater am Koförstendam. Die wissen nicht, wo die sind, weil das Theater wird nicht fertig, ein Schiller-Theater dürfen die auch nicht mehr. Irgendwo aber mag ich eine neue Weihnachtsshow mit dem Titel The Snow Must Go On. Oh, wie schön. Sehr schön. Wir arbeiten mit Marian Lux, wird die musikalische Leitung machen und wir schreiben schon jetzt neue Lieder und neue Arrangements dafür. So, ein bisschen, ich habe das Gefühl, mit uns alle, wir machen diese Show, wir sind jetzt auf Tournee und bleiben einfach, wie gesagt, es dauert eine Weile, wieder reinzukommen, ein bisschen Liebe und Optimismus durch das Bundesland zu streuen. Und denn ich fahre tatsächlich in die Staaten in Frühling und bringe ein bisschen Zeit da, weil ich möchte gucken, was so los ist in die Staaten. Ich war lange nicht da und auch nicht für eine lange Zeit. Ich bin immer da, ich besuche meine Familie für eine Woche, ich gehe nach New York für eine Woche, dann komme ich zurück. seit 30 Jahren. Ich habe nicht mehr als zweieinhalb Wochen. Okay, das ist kurz, ja. Ja, so ich möchte dann ein bisschen länger und gucken. Und ein paar Freunde, ich habe eine kleine Tour, meine Schwester ist in Louisiana, meine gute Freunde sind in Buffalo, New York, another gute Freund ist in Minneapolis, noch einer in Chicago. Und ich glaube, ich würde sowas machen. Einfach Checking in mit Leuten, wie ist es und die ganz normale, verrückte Alltag, dass Amerika ist. Wo ich immer, ich weiß, ich bin wirklich deutsch, weil ich bin in Amerika nicht. Ich höre eine deutsche Stimme, die spinnen alle. Was machen die hier? Aber es ist witzig, ich lerne immer etwas. Alle sind gekifft in Amerika jetzt, das ist auch neu. Stimmt, ja. Viele Runde Stätten ist das legal. Und du sagst zu Leuten, weil das ist auch anstrengend da, ne? Du sagst zu Leuten, wie geht's dir? Hi. Ja, meine Schwester ist Rentnerin, sie ist 8 und 60. Sie hat so Edibles, wie Gummibärchen, aber mit CBD oder ein bisschen stärker. So, du kaufst die in einem Apotheker. Und meine Schwester ruft mich, das ist immer so sechs Stunden Unterschied, sie ruft mich so um 16 Uhr unserer Zeit. Hi. Sie klingt wie 13. Ich sage, du bist, hi. Ich verstehe das, okay. Aber man guckt auch so, die sind alle ein bisschen langsamer. Und ich denke, ach, jetzt verstehe ich. Das haben wir noch nicht hier in Deutschland. Aber das brauchen sie doch gar nicht mehr. Ist doch jetzt nicht mehr so schlimm, oder? Was? Der Trump ist doch jetzt weg. Also eigentlich. Es ist crazy genug. Ich glaube, es ist crazy genug. Es sind interessante Zeiten in Amerika, weil natürlich die ganze Rassismusprobleme, wir haben ein riesiges Rassismusproblem. Und die einfach Vergangenheitsbewältigung, ein wunderbarer deutsches Wort. Und das haben wir nie gemerkt. Ich habe eine gute Ausbildung gehabt. Ich war in einer guten Schule, bin in einer guten Uni, New York University. Aber wirklich Auseinandersetzung mit Sklaverei und mit Indigenous Leuten, mit Native Americans und so weiter, dass eigentlich dieser Land uns nicht gehört. Wir sind nicht da. Es gibt immer diese Lieder. This land is your land. This land is my land. Es ist nicht my land. Und es ist nicht unsere Land. Es gehört eine ganz andere Bevölkerung, die wir niedergeschnetzelt haben. Und wir müssen ein bisschen, mehr als ein bisschen, der muss, im Moment, ich glaube, das ist ein großer Moment von Vergangenheitsbewältigung in Amerika. Dass wir nicht so sehr hier bekommen, wir kriegen die Entertainment, wir kriegen, klar, oder man guckt einen Film wie Nomadland, auch mit Francis McDormand, das die Oscar gewonnen hat. Großartiger Film auch, ja. Großartiger Film auch. Und wenn man guckt, auch dieser Riss zwischen, dieser Klüft zwischen Arm und Reich ist gewaltig in Amerika. Man sieht das ganz schnell, wenn man irgendwie ein bisschen weg von den Tourismusorten geht. Das ist ein bisschen krass in der Heimat jetzt. Ich stelle mir das halt auch immer so ein bisschen vor, dass vor allem die Leute im ländlichen Bereich sich wahrscheinlich abgehangen fühlen. Und man, ich habe versucht mal nachzuvollziehen, wer sind denn die Trump-Wähler? Und habe tatsächlich an Leute gedacht, die halt eben nicht in den großen Zentren wohnen, sondern auf dem Land sind und sich da ein bisschen alleingelassen fühlen, ihre Probleme haben. Es ist ein weltweit Phänomen auch. Ich war in Bochum letzte Woche. Trotz Starlight Express. Es ist, weil die, also diese Industriestädten, so in Amerika ist das nicht nur diese Flyover States, nennt man so, so Midwest und so weiter. Aber es ist mehr auch diese Städten wie Pittsburgh, Pennsylvania, alte Stahl, Dinge wie hier, die Kohlenwerke, auch in Austin so viele von den Orten, dass man fühlt sich vergessen. Das ist auch in England ist das so. Ich meine, guck mal, diese ganze Rexrück ist nicht nur in die Staaten. Das ist auch, guck mal, guck Ungarn an, guck Bolsonaro in Brasilien an, guck Boris Johnson an. Das ist leider Coppolen an. Das wir auch in unseren Communities nicht vergessen. Es gibt ja unsere Brüder und Schwestern weltweit, die, es ist nicht so selbstverständlich, dass wir in Freiheit leben. Und deswegen wähle ich sehr gerne, weil Demokratie ist auch ein Work in Progress. Genau wie, mein Show ist auch, ich nenne das ja im Moment ein Work in Progress. Weil, wenn man sagt, okay, das ist mein Show und so ist das, so ist es wie, ich weiß nicht, so irgendwelche Shows zu machen, ich war noch niemals in New York. So das ist die Show, ich spiele mein Ding. Super. Die Leute, die das jetzt machen können, finde ich super. Ich finde es auch wirklich super, dass die neuen Shows, die neuen Musicals öffnen wie Frozen oder Wicked oder Harry Potter. Ich finde das alles toll bei diesem großen Friedrichstadtpalast hier in Berlin. Das ist Escapismus pur. Das ist alles super. Aber für mich ist es wirklich jede Woche ein Ende. Wechselt die Welt. Was ist witzig? Was kann man sagen? Kann man das noch sagen? Kann man, ist das immer noch witzig? Oder ist das ein bisschen tragisch? Oder, ja, das muss man auch ein bisschen, ich nehme das als interessant und nicht verzweifelt. Weil kann man auch sagen, oh mein Gott, ich muss das, aber okay, das ist mein Job. Mein Job ist das irgendwie auch entertaining zu machen, aber auch immer mit ein bisschen Gedenkstoß zu sagen, hey, vergesst nicht. Auch wenn wir einfach erinnern, dass wir, heute ist okay. Und ich finde, heute ist gut, heute ist ein guter Tag. Das ist wichtig. Wir hatten das Thema CBD gerade eben mal so am Rande. Adrenalin ist ja auch eine Art Droge. Ich bin gerade eine ganz, ganz, ganz... Ich habe ein kleines Geschenk für Sie. Oh. Ich war in Holland, let's have all going to know what you are. Ist ja auch direkt um die Ecke bei uns. Stimmt, genau das meine ich. Adrenalin ist ja auch so was wie eine Droge. Ja. Das heißt, für dich ist die Bühne dann auch letztendlich fast schon so etwas wie der Kick, der Spaß. Glaubst du, dass du auch irgendwann mal sagst, ich habe genug davon? Also wenn du jetzt sagst, ich bin 80... Das ist eine gute Frage. Das ist, I don't know, you know, my, 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 my Vorbilder sind Sente Berger oder Brigitte Mira. Gott, ich wollte Brigitte Mira einmal erleben. Ich war in der Bar, jede Vernunft, und wir haben, ich glaube, die haben 15 Jahre, das Jubiläum oder etwas. Und die Mira war auf der Bühne und ich war hinter ihr, weil ich moderiert. Und sie war hinter der Bühne, so ein bisschen krumm. Und sie war so such a sweetheart. She was such a lovely woman. Und, and, and, I mean, nicht nur der fantastische Schauspielerin, die sie war, aber sie war so a little old lady, bisschen Oma. Und dann plötzlich hinter der Bühne, sie atmet ein, atmet aus, der Wirbelsäule wird lang. Sie kommt mit einem Königin draußen, es war Brigitte Mira. Wow. Und das, ich denke, okay, cool. You know, the good thing mit meinem Beruf ist, dass ich muss nicht aufhören. Das schlechte Ding ist auch, kann ich aufhören jetzt? Aber ich möchte nicht. Und was ich realisiere, ist, es wechselt die älter ich bin, was mein Lieblingsteil, mein Job ist. Ich bin nicht so crazy über Premiere mehr, weil es ist zu viel Nerven und zu viel, alle sind nervös, die Leute im Publikum, meine Freunde sind nervös, Presse ist nervös, alle, und ich weiß, wer die Presse ist, als ich jung war, ich habe keine Ahnung, das, ach, you know, okay, the, the, so, but the Tagesspiegel und, oh, the Batesat ist da, und der Tagesspiegel, oh my God, das ist gut, Deutscher ist da. Jetzt, ich weiß den Unterschied. Und, ähm, so das ist nicht mein Lieblingsding, ich liebe Proben, ich habe so, so viel Spaß zu proben. Ich arbeite jetzt mit Christopher Toller, ist mein Regisseur, he's so great, er hat die Choreografie für Ich war noch niemals in New York, der Film, er hat hier Vorhang auch für Cyrano gemacht, ähm, er ist so ein toller Kollege und, 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 und kreative Quelle und das macht wahnsinnig Spaß. Das macht sowieso mit Marian Lux wahnsinnig Spaß. Ich sage immer, wer kann eine amerikanische Entertainerin in der Post-Menopausal-Probleme besser verstehen als ein junger Schwule aus den Ostern. Und es ist wirklich wahr, wir sind, wir ergänzen einander sehr gut. Und das, das macht Spaß. Das ist, ähm, you know, Tournee, wenn ich da bin, liebe es. Und es gibt über den Jahren, jetzt ist es wie Gloria in Köln. Es gibt Bühnen, dass ich seit Jahren mitarbeite, auch die Comedia in Köln. Hier in Berlin, jetzt mit Theater am Köln-Fürsten-Darm oder in Kiel im Metro-Kino. Es gibt so einfach Bühnen, wo ich seit Jahren Schmitz-Tivoli zum Beispiel in Hamburg. Und das ist, das tut wirklich gut, wenn man da ist. Vorher denke ich, oh mein Gott, wie lange müssen wir fahren? Oder, oh mein Gott, in der Deutsche Bahn muss ich x-mal umsteigen jetzt, weil es gibt da, da, da. Und dann, ja, und dann auch Work in Progress. Denn, okay, wir sollten in Hannover spielen, auch, weißt du was? Wir haben in Bremen, haben wir neulich gehabt. Wir waren ausverkauft. Und die haben die Karten verkauft, ne? Es war in ein paar Tagen ausverkauft. Dann hat die Stadt Bremen entschieden, ach, nee, nur die Hefte. Und die haben uns angerufen und haben gesagt, das ist doof. Dann machen wir das Ende Januar oder Anfang Februar. Okay, dann machen wir das so. Wir müssen ein bisschen easy bleiben, aber das ist auch kein Teil des Berufs. Das ist nicht nur put on the Paillette and go draußen, sei fabulous. Ist auch kein Teil davon, aber man muss die Nerven halten für die anderen Sachen auch. Deswegen liebe ich Proben, weil es ist ein bisschen safe space, wo man albern und Fehler machen kann und sehr menschlich sein kann. Und ich liebe auch, ich liebe nackt die Premiere. Ich liebe immer so der Mittwoch danach. Die erste Sonntag danach, das ist immer ein super Show. Aber es ist alles anders auch. Ich gucke mal, wie das ist dieses Mal. Ich liebe meinen Job. Es mag Spaß. Es ist, es bedeutet sehr viel für mich. Ich möchte immer ein gutes Job, das beste Job. Ich möchte immer besser sein. Ich möchte auch, dass auch mit älter zu werden, oh, sie war für zehn Jahre, war sie viel besser. Fuck that, you know. Ich muss auch für mich lernen, was ist das, eine Frau über 60 zu sein, auf der Bühne zu sein. Muss man denn so denken? Mach ich nicht das, wonach ich mich fühle? Ganz genau. Und, denn Gott sei Dank, ich habe so Leute wie Bette Midler und Maren Kreumann als Vorbilderinnen, wo ich denke, you're not getting older, you're getting better. Barbara Streisand. And Barbara! Großartig. Ja, das ist Maren Kreumann, das war eine wunderbare Rede gemacht, als sie die Lebenspreis, bei der Comedypreis gewonnen hat. Ich meine, es war eine tolle politische Rede sowieso oder soziologische Rede. Aber ich liebe am Ende, sie hat gesagt, so für die jungen Kolleginnen, sei gesund, iss was Gesundes, umarm einen Baum, mag Yoga, dass du gesund genug bist, wenn du dann spät in deiner Karriere so einen Preis bekommst. Und ich fand das ein sehr, sehr guter Rat von meiner lieben Schwester Maren. Es ist, you know, für mich auf der Bühne und hinter der Bühne ist nicht so anders. Ich bin auch, Amine, wir sind hier entspricht, so wahnsinnig anders. Ich bin nur ein bisschen stärker. Gale Plus, sage ich immer, Super Gale auf der Bühne. Weil ich finde, unsere Menschlichkeit ist, was uns ausmacht. Und dass ich nicht genug Adrenalin gehabt, alle diese Monate, und dafür fünf lovely Kilos dazu bekommen habe, super. Aber you know what, ich bin nicht die Einzige. Und ich habe wirklich gedacht, bevor ich mich, ich habe probiert, mich unterzuhangern. Und ich habe nur geheult. Und der Bremer hat gesagt, du musst jetzt aufhören. Es mag keinen Unterschied. Es mag keinen Unterschied. Stop it now. Und das stimmt, weil ich kann nicht arbeiten und ich kann mich gesunde ernähren. Aber sorry, a little bit of ein Glas Rosé und ein little bit of Dunkelschokolade muss auch sein. Und gutes deutsches Brot. Das ist mein Ding. Die Leute sagen, oh, Kuchen. Nein, 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 das ist nicht mein Ding. Aber gutes deutsches Brot. Oh, I need my carbs. Hast du in der Pandemie auch angefangen, jetzt selber Brot zu backen? Nee, der Bremer hat. Ich habe ja vielen Dank dafür. Ich habe nur den Wein gekauft. Ich habe aber gekocht. Ich habe viel mehr gekocht. Ich habe mehr Zeit gehabt. Es gibt ein wunderbarer Simply Slowly Veggie Magazine. Oh, yes. Irgendwann, ja. Toll. Ja. So. Many things you can do with Linsen. Sehr viele. Also man glaubt gar nicht, wie vielseitig die sein können. Also das ist schon toll. Ja, ja. Ein Kurbis und whatever else. Und Brot ist auch so sehr deutsch, finde ich, immer noch. Es ist immer einer meiner ersten Monologen bei Quatsch Comedy Club, dass ich sage, jeder Deutsche geht irgendwo in die Welt, Timbuktu, Taj Mahal, Tahiti, kommt zurück und sagt, aber es gab kein gutes Brot. Sehr schön hier, aber man findet kein vernünftiges Brot. Und jetzt weiß ich das auch. Das ist wirklich, man geht nach, ich weiß nicht, nach den Staaten unbedingt und denkt, Mike, es gibt keine Bäckerei. Der Bremer war baff, die erste Mal, selbst in New York. Es gibt ein paar französische Bäckereien, ein paar italienische Bäckereien, aber das Ding, ich gehe morgen und hole Brötchen. Das ist nicht bei uns. Okay, wow. Ja, guck mal, ihr wart schockierend. Ich weiß. Ich esse nicht jeden Morgen Brötchen, aber so ein Brötchen ist halt schon. Es hält Leib und Seele zusammen, oder? Ein guter, ein guter. Weil die sagen auch hier in Berlin, so viele Leute, es gibt kein gutes Brötchen. Ich war immer so, hä, was? Und dann war ich in Stuttgart, hatte ein Brötchen. Dann ist es eine andere Liga. Das ist Champions League. Und in Bayern, auch viel zu Viktualien. Und ein Brezel da haben. Ich denke immer, wenn Leute fragen, warum bist du nach Deutschland gekommen? Jetzt weiß ich, Sebastian, Kohlehydrate. Du bist ein Kohlehydrate-Himmel für Leute, die Carbs machen. Echt Brot, Nudeln, Knödel und whatever else. In Köln gibt es so eine Großbrotbäckerei, die backen das immer sehr dunkel. Das heißt, die Kruste, also du machst die Brottüte nur auf. Ist das diese Bäckerei bei Gloria? Es gibt eine Bäckerei, die... Ah, die ist übrigens auch sehr, sehr gut. Die machen es doch von Hand. Oh, sind die gut, oder? Die sind super, ja. Die sind sehr gut, ja. Sie, das ist, ich weiß, mein Tornado ist von der Befragerei. So deutsch bin ich auch geworden. Eine der wenigen, die noch selber alles selber machen, ne? Ja. Total toll. Das ist, das ist... Da muss man sich direkt eindecken. Direkt einen zweiten Koffer mitnehmen und fünf Brote kaufen oder so. Ich muss immer mit der Bremer, ich muss immer etwas mitbringen. So, das ist, you know, das ist auch ein Luxus, aber das ist kein Problem, das ist ein Luxus. Ja. Das stimmt. Gibt es etwas, was du dir als junge Menschen gesagt hättest, als du angefangen hast damals, was du jetzt weißt? Sei vorsichtig oder sonstiges. Sei gut zu dir, sei gut zu dir. Zweifel nicht so sehr. Obwohl, ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, dass ich immer mit Leuten gearbeitet habe, die haben immer gesagt, mag das doch. Ich war nicht, ich habe keine Angst gehabt. Auch, ich war wirklich umringt von Leuten, die haben das gemacht. Die haben in Europa gelebt. Die haben von Asien nach Amerika gekommen. Das war, die waren alle so inspirierend. Daher bin ich wirklich gesegnet, mit fantastischen Menschen gearbeitet zu haben. Aber ich würde sagen, für mich als junge Frau würde ich sagen, mach nicht so viel Sorgen über deinen Körper. Es ist ein gesunder Körper. Und es ist ein, you are a beautiful, juicy cupcake with beautiful Hout. Genieß es, genieß every bit of it. Und jetzt zweifel nicht so sehr. Ich glaube, ich sage das zu mir jetzt auch. Ich sage das zu uns alle. Zweifel nicht. Easier said than done, finde ich auch. Absolut. Selbstzweifel ist etwas, das ist leider auch ein Teil dieser Pandemie. Natürlich, wir haben alle so vielleicht, ich habe gedacht, ich bin wirklich deutsch geworden, weil ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Existenzängste. Ich habe nicht so viel, ich habe, als ich angefangen habe, ich komme nicht von einem, mein Vater war Barkeeper, meine Mutter Supermarktkassiererin. Wir haben nicht viel Geld gehabt. Und ich bin nach New York gegangen mit 40 Dollar in meiner Hand. Ich bin nach Berlin gekommen mit 100 Dollar in meiner Tasche. Das war's. So, ich kann immer, ich habe immer Arbeit gefunden. Ich habe immer so geputzt oder Babysitting oder ich könnte immer etwas finden. Gott sei Dank, ich scheue mich nicht von Arbeit. Aber dieses Mal war das so ein bisschen so, oh, if I can't do my job at 60. Hey, denn was als Quereinsteiger für was denn? Oh ja. Gerade hier in Deutschland, möchte ich ja mal behaupten, ist es ja auch gerade das Problem, so das Alter, was wollen Sie denn hier mit, weiß ich nicht, 60 oder 50, wie auch immer. Und du brauchst alles eine... BVL vielleicht. Ja, ein Zertifikat, was du kannst, was du nicht kannst und so weiter. Also es ist ja auch immer sehr bürokratisch hier. Irgendwie so mein Bachelor's Degree in Theaterwissenschaft hilft nicht so sehr, wenn man keinen Excel-Tafel machen kann. So was, alle diese Dinge. I mean, you know, ich bin froh, dass alles wieder offen ist. Klar, da war dieser Moment. So, ich sage auch zu mich selbst jetzt, Zweifel nicht. Einatmen, ausatmen und Step by Step. Das ist etwas, das der Bremer sagt, er muss mich Schritt für Schritt nicht mit den hauen, aber hat er recht. Ich war aber auf die andere Seite super lucky, ich gehe zurück zu meinem Junge, Gail, und sage, du hast es richtig gemacht. Weil ich habe mein Herz verfolgt und ich war, ich habe wirklich keine Angst gehabt. Manchmal gehe ich zurück und ich denke, Mädel, du solltest mehr Angst gehabt hätten, als du gehabt hast. Aber Gott sei Dank war das gut, gut rausgekommen. Das ist auch sehr schön. Deine Eltern haben nie gesagt, Gail, lernt doch was Anständiges. Nein, Anständiges nicht, Anständiges nicht. Die waren sehr stolz auf mich, aber die haben nicht ganz verstanden, warum New York. Ich glaube, die haben, meine Mutter hat zu, kurz bevor sie gestorben war, kannst du nicht zurückkommen und einfach Theater lehren in High School hier in Brockton. Und ich habe einfach immer gesagt, nein, kann ich nicht. So, die waren alle, nee, die waren auf einer Seite so, ich glaube, viele Leute, die vielleicht in eine Großstadt gehen und die Eltern haben keine Ahnung eigentlich, was du magst, aber die sind sehr stolz auf dich. Und die waren stolz, dass ich war die Erste in meiner Familie, die zum Universität gegangen sind, in eine andere Stadt gewohnt und dann natürlich nach Europa gekommen sind. Das war so eine andere Dimension, aber die waren stolz darauf, denke ich. Ja, ja, waren die. Es ist eigentlich einfacher hier gewesen, Jobs zu bekommen als in, meinetwegen, New York. Ich kann mir vorstellen, man rennt in New York von Casting zu Casting, tausend Menschen stehen vor der Tür und wollen den gleichen Job haben wie du. Ich habe Gott sei Dank das nicht gemacht. Ich habe entschieden, als ich in die Uni war, ein bisschen für die Experimental Theaterwelt gegangen, weil Broadway war zu gemein für mich. Diese Castings waren zu gemein. Ich habe, meine Seele könnte das, es gibt Leute, die können wirklich gute Castings machen und ich denke immer, wow, Chapeau. Weil das ist, ich finde, ich glaube, für uns alle, Vorstellungsgespräche sind schrecklich. Das ist mein Ding. Und dann, ich habe das Glück gehabt, einfach jemand hat gesagt, ach, kannst du bei mir hier das machen? Ein Job, hast du die nächste Job? Und dann habe ich angefangen, meine eigene Sachen zu kreieren, weil ich möchte nicht in eine Schublade. Ich muss meine eigene Schublade bauen. Jetzt habe ich das gemacht. Und das ist interessant zu gucken jetzt. Jetzt, wo ich den Englisch wirklich gemerkt habe. Jetzt sind wir ein Englisch, Englisch Comedy Night. Quatsch, ich habe gesagt, fuck that. So hart gearbeitet. Heiter Aufwand. Tja, alle diese Antworten, ja genau. Aber, you know, ich finde auch für junge Leute, das ist, wenn ich das nicht zu mir, aber wenn ich zu jüngeren Kolleginnen und Kollegen, ich würde sagen, glaub nicht. Ich finde das wirklich toll. So make your own podcast. Tu dein eigenes YouTube-Ding. Ich finde das, und tu das über etwas, das wichtig ist. Es muss nicht nur Schminktipps und Backen. Alle nette Sachen, aber warum? Ne, probiere es. Probier es aus, tu das. Und ich finde, das ist die, und es bedeutet was. Was du magst, bedeutet was. Und du hast nicht alle Zeit in die Welt. So mach es. Und mach es jetzt. Und mach das etwas bedeutend für dich. Uns alle, das ist so, ich finde, das ist ein Geschenk. Es ist einfach kein Geschenk. Ihr seid alle ein Geschenk. Du hast etwas von uns zu geben. So give it to us. Wir brauchen euch. Wir brauchen uns alle. Ja, ja, unbedingt. Auf jeden Fall. Du hast zwei verschiedene, also die Kulturen sind nicht so weit auseinander, Amerika und Europa, und doch gibt es ja Unterschiede. Wenn du jemandem aus Amerika was Positives über Europa sagen müsstest, was man sich vielleicht abgucken könnte, um daran zu wachsen und umgekehrt jemandem hier in Europa sagen müsstest, guck mal, wir haben drüber dieses und jenes, was wir für uns als Lebensphilosophie haben, versuch das doch mit bei dir einzubauen. Und was wären das die, die … Von Amerika nach hier würde ich sagen, die Optimismus, so die Freundlichkeit, dass die Europäer lernen können, besonders die Deutschen. Weil man sagt immer, ah, das ist so oberflächlich. No, it's not. It's just freundlich. It's ein bisschen netter. Aber auch wenn es ein Floske ist, you know, es ist netter zu hören, have a nice day. Ja. Und wir kennen alle die Kellnerinnen in Amerika, wo man sagt, hey sweetie, you want a cup of coffee? Und ich denke, wenn ein Kellner mich Sweetie nennen würde, was? Finde ich sehr misstrauisch. Aber ich finde, dass dieser Optimismus, das, weißt du was, wir probieren es. Das ist so of America, das ist politisch, das kann manchmal sehr desaströse, aber wir probieren es. Das, weißt du was, wir probieren es. Und ich finde, das ist ein guter Erfinderesprit, das Amerika hat. Das ist, wir warten nicht, dass wir, wir planen ein Meeting und vielleicht über zu sprechen, über die Regelungen. Das, pfff, wir probieren einfach. Das ist gut. Für die Amerikaner aber, diese Deutschen, das ist genau das Gegenteil. Diese Bodenständigkeit und diese Nachdenklichkeit, weißt du was, wir schlafen einen Nacht drüber. Und dann sprechen wir morgen nochmal. So, der Enthusiasmus von der Amerikaner ist super. Auf der anderen Seite, die Bodenständigkeit, deswegen bin ich froh, dass ich lebe zwischen beiden. Weil manchmal ist das wirklich gut, eine Nacht drüber zu schlafen. Oder ein, ein, und die anderen Dinge, Dinge hier sind echte. Es ist, wir sitzen hier in einem schönen Raum mit schönen Holzstuhlen. Wir trinken aus echten Gläsen, nicht Plastik. Und dass diese Wegwerfmentalität, das, leider ist es auch weltweit, aber in Deutschland ist immer noch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, you know, wir sortieren doch unseren Müll. Und denken vielleicht ein bisschen mehr darüber. Das ist eine gute Hoffnung. Ich nehme die mal mit. Wir müssen, wir müssen, diese Welt ist so nah dran geworden. Aber wenn ich, wenn ich denke über diese deutsche Tugende, so von, von dieser Verbindung halt mit den Elementen, dass man geht spazieren, man schnappt ein bisschen frische Luft. Man geht spazieren, gehen aus Freizeitbeschäftigung. Das haben wir nicht in Amerika. Ach ja, stimmt. Wenn jemand mehr von dir erfahren möchte, wo kann man dir überall folgen? Wo kann man dich finden? Wo kann man die Tickets buchen? Ja, das ist alles über meinen Website www.geil-tufts.de, was geschrieben G-A-Y-L-E-T-U-F-T-S, which I know looks like Geile-Tufts, aber it's really my name. Das ist mein echter Name. Und ja, das ist so auf dem Website ist alles. Ich bin auch natürlich auf Facebook und Instagram zu folgen, G-A-Y-L-E-T-U-F-I-T-S-E-S-H-O. Und ja, alle Tourneidaten sind da. Wieder da ist die Show, ist unterwegs, coming soon to a theater near you. Tell the family. Und wir brauchen euch, wir brauchen die Leute in, es mag keinen Sinn, das alles zu machen, wenn niemand sitzt im Theater. Und wir haben gehört, es kommen noch großartige Dinge on top obendrauf, also gespannt sein und regelmäßig vorbeischauen. Ja, 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 absolut. Das ist immer, it's one thing that we know. Everything is a little bit in Bewegung in the moment, so check in. But it's good after a pandemic. Ja, ja, ja. In Bewegung. Und wir haben auch eine kostenlose Newsletter. Du kannst, wir können auch natürlich sign up, just press the button. Und du bekommst nur, wenn ich auf Tournee bei euch bin. Dann bekommst du eine kleine Newsletter, eine kleine Achtung. Achtung! Ich komme! Sehr gut, clever. Alert! Newsalert! Und wer gar nicht genug bekommt, kann auch noch den einen oder anderen Tonträger erwerben, ein Buch. Du hast ja auch schon ein paar Bücher geschrieben. Ja. Ich werde aber alles nochmal, wie immer, in unserem wunderbaren Blogpost verlinken. Danke. Ich schalte. Danke sehr. Und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streaming-Diensten und überall, wo es Podcasts gibt. So ist es und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das ist kostenlos und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns einfach über mail at ausgangpodcast.de. Alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. So ist es und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen Dank, Gail, für deine Zeit. Thank you all. Gesundheit und Glück, everybody. Yes. And have a nice day. Ja. Mind of them. Ciao. Ciao. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback? Meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.